Digga, irgendwas, irgendwas, was mich wieder runterkommen lässt. Hey, ich habe mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für Streamer, bitpackt eure Facecam hier unten rechts hin. Ehrenmann. Dankeschön. Hierbei handelt es sich um ein besonderes Video. Es beinhaltet nur Clips von Kevin und Danny und soll ein Recap für die letzte Woche sein. Alle anderen Videos sind auch immer nur Kevin und Danny. Und ja, enjoy. Digga, wie kann man sich so viel Aufwand für Memes machen? Oh nein. Digga, wie heißen die? Batterien, aber ich weiß nicht, wo. Was ist Kevin? Kevin, Junge, du schaffst das. Ja, Kevin, ja. Ich glaub, was ich... Schön. Gott, oh, f***. Was aber irgendwie immer. Piep, piep, piep. Recht guten Appetit. Wir sitzen... Was? Wir sitzen zusammen, der Tisch ist gedeckt. Wir wünschen uns allen, dass es gut schmeckt. Brr. Junge. Oh! Hallo, wie geht's? Digga, also... Ich glaube, eine Woche mit Danny wohnen ist das gleiche wie... Ey, es gibt keinen Vergleich. Eine Woche mit Danny wohnen ist das gleiche wie eine Woche mit Danny wohnen. Ist ja hoffentlich gut. Ja, 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 ja. Ich grüße die katholische... Oh mein Gott, seid ihr bad, Alter. Die Menschen, ihr seid auf dem 11. Ach, f***, ja, perfekt, Digga. Okay, talk. All right, Digga. Boah, wir könnten NBA 2K21 gegeneinander spielen. Was ist NBA, ist das Boxen? Was ist NBA, ist das Boxen? Läuft so. Digga, diese Wohnung, Kevin, sieht wieder absolut runtergeranzt aus, Junge. Also, wirklich, ich weiß nicht, ob es ein smarter Move war, nachdem Cindy jetzt, leider Gottes, also raus ist aus der Wohnung, sich den Spasti hier reinzuladen. No Front, aber die Wohnung sieht wirklich einfach wieder komplett runtergerockt aus, Kevin. Digga, wirklich. Ich hab's damals mit meinem Cousin gespielt und ich hatte keine Reaktion gehabt. So, ich war... Und er war schon vor mir, dann hab ich auch wieder. Das ist halt die Twitch Elite in Deutschland, ne? Aber auch mal Brüste sind voll in Ordnung, denn Brüste sind auch cool, ich steh auf Cox. Jo, und dann wird geschlossen. Oh! Ja, mach hier hin. Digga. Das ist so widerlich, Digga. Oh mein Gott, ist das widerlich. Boah, Bruder, also da ist ne Psochini drin, Junge. Und Zwiebel, also... Danny ist einfach wirklich wie so ein Höhlenmensch. Okay, okay, Bro, ich taste, ich taste. Junge, das wird dir schmecken, what the fuck. Oh Gott. Es riecht scharf. Digga. Voll der Essling auch, Alter. Da war jetzt wieder aufgeräumt, oder? Ist das eine andere Wohnung? Was war das denn gerade, Digga? Bro, du musst es wirklich... Rerat, du musst ein, zwei bisschen mit allem nehmen. Kann ich nicht. Ich brauch nicht. Digga, weil, Junge, da hab ich die Story mal erzählt, meine Chefs hat die mal mit einer Salami abgeworfen. Vor fünf Jahren. Weißt du was, du hast gemacht, aber ich will ihn zum Duschen gegangen für ne halben Stunde. Digga. Digga, bei uns gibt's einen richtig geilen Griechen, ich spür's, wenn der aufmacht, ich geh da so oft. Was gibt's dann? Einen Griechen, richtig geilen. Ich ess griechisch nicht so gerne. Nein, ich esse auch ne Pommes mit Schnitzel, aber die sind ja geil gemacht. So, jetzt musst du das richtig kalt drehen. Ich kenn wirklich keinen größeren Höhlenmensch. Ist das fest? Wohnt Danny jetzt, da hat er kein Zuhause mehr? Ja. Ja, passt. Änder schnell Paypal-Konto. Oh, ja, weiter. Achso, geil. Ich persönlich zu wild. Ich seh schon wieder so wild. Oh. Das ist ja bei so Krippenläden im Winter, also in Marken. Er isst sogar wie ein NPC. Ist Hirsch nicht Rind? Ist Hirsch nicht Rind, Digga. Oh, Danny. Ist das ein Sonnenmensch? Ist das ein Tomate drin? Wahrscheinlich Obst, Joghurt, ist das nicht Tomate drin drin. Ihr kennt das, Freunde. Mann ist in Minecraft. Weitere, in Minecraft. Was soll ich denn eine Challenge machen? So, dann kommt wieder auf Angucken. Fitbelts. Ja, juhu. Wow. Hey, bezüglich des Films heute Abend. Was da auch frisurentechnisch abgeht, ist... Es ist wirklich, also... Es ist... Es ist wie so ein... Ja, wie so Zeitzeugen aus einer vergessenen Zeitzeugen... Aus einer vergessenen Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Wann geht es los, Tristan 2, denke ich? Danny, lass das. Und hast du schon mal Shihiros Reise ins Zau... Christian, danke schön für die zwei Gifts. Boah, es ist eiskrank. Boah, Mango-Eis ist auch geil, Mann. Bist du sicher nicht, Bruder? Nee, die hat sich jetzt nicht mehr. Danke, das ist doch wirklich... Die zwei... Ey, auf alles, die haben miteinander rumgemacht und ich find's ne wunderschöne Vorstellung. Ja, ja, haben die. Also Digga, wenn da nicht regelmäßig einer durchgekifft worden ist, dann weiß ich auch nicht. Guck mal seine Insta-Story, dann siehst du, wie schlimm seine Wohnung ist. Oh mein Gott, Digga. Es war sehr cool mit den Jungs die letzten Tage, aber Digga, es sieht aus wie fucking scheiße hier. Heilige Mutter Maria. Digga, das sieht so heruntergekommen aus, holy shit, Bro. Digga. Das ist wirklich anders Absturz. Ach du Scheiße, Mann. Oh Digga, Junge, 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 Kevin. Mit seiner Mama schlafen? Gib dir deinem Mama ein Feuer, Wickel dein Vater und dann reuer. Digga, da-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Fuck. Ja, ey, fuck, meine Rose, oh shit, bist ein Mixer, dicker, lutscht jetzt meinen Cork. Okay. Schön im Tinder, fucking Instagram-Profil verlinken, aber dann auch privat sein, Junge. Junge, lost. Ich glaube, wir sollten uns einfach alle gegenseitig picken. Ich glaub auch, ich glaub auch, Digger. Digger, deutschem Loco-Squad. Wann Haare auf den Augen haben? Ja. Ich hätt nicht gedacht, dass es echt so viele Leute gibt, die noch dümmer sind als ich, Wahnsinn. Das ist halt so viele Menschen, Leute, es ist aber schon noch irgendwie funny. Hey, Freunde, wollt ihr einen kleinen Spoiler für den nächsten Vlog sehen? Mhm. Wir haben uns Shisha-Kohle angezündet. Lass bitte nichts überreden, Freunde. Das ist nicht sein Ernst, seine komplette... Seine ganze Kaffeemaschine ist abgefackelt. Ist der dumm? Ist der dumm? Ist der dumm? In the title, sweet, thousand, voll. Und in meiner Augen sind so groß. Sag, hey, was ist das? Schnauze. Ich hab's schon. Ich bin hier. Und ab, gell. Bro, das ist das Traurigste, was ich je gesehen hab. Es geht mich mal los. Bro, guck mal. Ich hatte so Lylon-Hosen an, okay? Und es war extrem rutschig. Was soll ich machen, Junge? Kevin, warum machst du das die ganze Zeit? Das ist doch übertrieben unangenehm, dieses... Oh. 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 Oh, das ist übergeil. Oh, das ist übergeil. Oh, das ist richtig geil. What the fuck? Oh. Oh. Oh, Junge, das ist übertrieben geil. Oh, Junge. Oh. Oh. Oh, Junge. Oh. Hey, das ist doch geil. What the fuck, Kevin? Nice lifehack. Dankeschön, Bro. Ich dachte, das wäre richtig scheiße, das Gefühl. Aber das ist richtig geil, wenn man sich streckt. Krass. Oh. Oh, man muss aber auch schreien. Das hilft noch mehr, wenn man dabei schreit. Oh. Oh. Hieronics. Oh. Oh. Oh, ist das geil. Ich habe eine Reaktion. Oh. Mit wem wollt ihr reden? Ah, guck mal, das ist ein vollziehungsvolles Level, Bro. Des pic du sol au plafond. Plafond? Wie schwer kann es sein, Bro? Das war ein Wichser. Ja, was mache ich jetzt hier? Dom, Dom, Dom. Dom. Papa Pi? Mama kam gerade rein. Ich dachte, der guckt ja in Porno. Dicker. Ja, ich habe den Kerl. Ich weiß nicht, ob es geil war. Gestern Abend habe ich mich wie fucking... Boah, das ist echt ein Film, den ich noch voll gerne nochmal gucken würde. Wir haben jetzt Sex. Let's go. Ich weiß nicht, ob es geil war. Wild, sehr wild. Wer hat den Beat gemacht, der arme? Dafür kein Wind begann. Hallo, wie geht's dir? Hoffentlich gut. Ja, 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 ja. Ich grüße die katholische... Nein, nein, Bro. Digger, what the fuck? What the fuck?